Ich hab gehört, da gibt's ein fette, fette, fette Party. Und ihr könnt live dabei sein, denn Nerdstar feiert auf Twitch mit einem unfucking fassbaren 50 Stunden Livestream ihren Geburtstag. Mit vielen tollen Gästen, Programm für Nerds und natürlich mit richtig coolem Gewinn. Freitag um 14 Uhr geht's los, bis Sonntag 16 Uhr. Ihr findet den Kanal von Nerdstar auf twitch.tv slash nerdstar.tv Also, erscheinen Sie, sonst weinen Sie.